Ein Brot muss einfach schmecken. Es muss gut sein, allein wenn Butter drauf ist. Dann muss man da mit Genuss reinbeißen. Ich bin der festen Überzeugung, dass regional angebautes Getreide unseren Kunden in unserer Region, wir leben von unseren Kunden in der Region, einen Nutzen bringen. Wir haben kurze Wege zu der Mühle. Der Frank Ahmend ist ein Landwirt hier in Steinau, der auch ausbildet. Dadurch werden wieder Arbeitsplätze gesichert. Und es ist uns wichtig, die Wertschöpfung in der Region zu lassen. Soweit ist der Markt drin. Über den Wieserband ist der ist gereinigt. Hier wird ganz leicht übernippt. Dann geht es auf einem Gitarre zu fahren. Nein, so will es die ganze Technik her. Die Begräutze ist der Anruf. Das ist der Begräutzeanfluss. Das war's für heute. Uns ist es wichtig zu wissen, was in unseren Produkten drin ist. Deswegen verzichten wir auf Vormischung, Backhilfsmittel, um dem Kunden wirklich sagen zu können, das ist bei uns ein Produkt, darauf können sie sich verlassen. Und danach garantieren wir den Geschmack und die Verträglichkeit. Slowpicking ist ein Verein, der hat sich 2003 gegründet, mit dem Ziel, alte Handwerkskunst wieder aufleben zu lassen. Der Verzicht auf Teigreifungsbeschleuniger, auf Geschmacksverstärker, sondern der Sache, einen natürlichen Geschmack wiederzugeben. Was nachher die Verträglichkeit erhöht, aber auch einen ganz anderen Genuss bietet. Das Produkt schmeckt ganz einfach. Blunderstückchen werden nur mit Butter eingezogen. Sandmassen werden auf herkömmliche Art und Weise aufgeschlagen. Denn ein gutes Bauernbrot gehört richtig Sauerteig rein. Backen ist meine Leidenschaft. Die Produkte zu schmecken, zu riechen, Kunden zu begeistern. Das ist eine Freude. Tief in mir drin. Das ist ein Heat dafür. Das ist ein proces. Du machst das gleich. Das ist ein bearer. Wenn du kommen. Und du bist. Du kannst du nicht. Es kommt zu NSLateur. ертfühl. Vielen Dank.